hallo ich bin die sophia von der veganen rohkost und sitze heute hier mit der silke leopold und wir haben uns beschlossen uns mal gegenseitig zu interviewen und das ist jetzt der erste versuch es ist an dir also ich habe die sophia über facebook kennengelernt beziehungsweise ist sie irgendwie auf mich gestoßen und ich hatte irgendwann von ihr mal auch noch eine leipzigerin mit veganer rohkost so in die richtung war das dann haben wir uns natürlich befreundet und dann hat sophia auch immer so post von mir so kommentiert kannst du mich bitte adoptieren sie macht immer so tolle rezepte das ist mega genau dann haben wir uns dann immer mal so ein bisschen geschrieben und dann hatte ich nämlich im januar hatte ich bei mir zu hause so einen kleinen rohkost potluck gemacht so für freunde und ein paar facebook freunde dabei habe ich die sophia das erste mal kennengelernt und dann hat man uns auch ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten weil sophias rohkost geschichte ist nämlich auch eine krankheitsgeschichte du bist ja über eine bestimmte krankheit zur veganen rohkost gekommen und das ist auch jetzt so unser einstieg in dieses video dann frage ich dich nämlich jetzt einfach mal erzähl mal sophia was ist denn das für eine krankheit die dich da ereilt hat würde ich mal sagen und er ist noch von der krankheit genau gerne bei mir wurde multiple sklerose festgestellt das ist jetzt fast zwei jahre her das ist eine autoimmunkrankheit die das nervosystem angeht und sich in schüben manifestiert also man hat halt diverse neurologische ausfälle wenn so ein schub akut ist da ging bei mir los mit einer sehnerventzündung bin direkt im krankhaus gelandet mit kortison und allen möglichen anderen furchtbaren untersuchungsmethoden mit zwei mal mrt und mit kontrast mitteln und diesen ganzen spaß und sind dann bei einem neurologen stationär aufgenommen worden in leipzig und der hat mir dann eine basis therapie verordnet weil man das eben so macht was für mich hieß dass ich beta interferon mir spritzen musste alle zwei tage selber das ging ein viertel jahr gut und dann wollte ich und konnte ich nicht mehr und während des viertel jahres gegen so dieser prozess los es muss ja auch noch was anderes geben also es kann ja nicht sein dass ich jetzt mein ganzes leben lang nicht dreimal die viermal die woche irgendwie spritzen muss das war für mich sollen das war so unnatürlich und so völlig fremd meiner meiner erwartung an mein leben ja ich wollte also nicht alle drei tage irgendwie mit so medikaze rumlaufen und dann irgendwie mit so einen spritzenden bauch zu drücken um dann die nacht drauf grippeartige symptome zu haben mehr schüttelfrost fieberkrämpfe unwohlsein kopfschmerzen richtig migräneartig und da hatte ich einfach keine lust drauf und dann kam meine mama und gab mir ein buch in die hand die ebers diät die sich auch viel mit rohkost beschäftigt das habe ich gelesen und habe zu meiner mama gesagt spinnst ja so kann man sich ja nicht ernähren heutzutage und habe das wieder beiseite getan und dann nach dem vierteljahr wirklich was echt furchtbar für mich war ich habe tatsächlich das schlimmste vierteljahr meines lebens gehabt als ich diese bitter interferon gespritzt habe weil ich auch so ein muskopf hatte ja sicherheit war depressiv habe die depressiva genommen zu der zeit auch halt pflanzliche aber immerhin weil ich ohne nicht mehr ausgehalten habe also tatsächlich echt viele nebenwirkungen auch gehabt durch diese spritzerei eine ganz fiese neurodermitis bekommen von den daumen problemen ganz zu schweigen also das ist ja immer so ein gesamtpaket was was dann kaputt geht er wenn man so so fiese sachen sich spritzen muss und irgendwann hat es halt gereicht und dann habe ich meinem neurologen die sache auf den tisch gepackt und dann kann sie behalten und nein ich nehme auch keine tabletten da hast du dich dann wieder in dir wie bist du dann wieder zur rohkost gekommen dass du das buch von deiner mama erst mal dann so abgelehnt weit weggeschoben wie war dann der zweite einstieg oder der zweite kontakt ich habe ich habe dann in der zeit einfach gedacht okay das kann jetzt nicht zum ende des lebens mein lebensweg sein mit diesen ganzen chemischen mitteln die ich mir da injizieren muss und die schlucken muss und habe dann geguckt was für alternativen auch naturheilkunde es gibt und bin im netz dann über viele gestoppt die durch rohkost die ms verbessert oder gar geheilt haben und habe dann irgendwie gedacht okay wenn die das können kann ich das auch und probieren muss ich auf jeden fall das war ich mir schuldig also ich war vorher auch schon so ein ja schon interessiert an naturheilkunde kein wirklicher experte aber habe halt schon geguckt dass ich jetzt wenn ich die schnupfen habe jetzt nicht mehr zwingend weg medie night reinschmeiße sondern eben schon gucken dass ich mir dann eine globulie aus der apotheke halt besorge und so und das mit diversen kräutertees ausheile und habe dann also das buch noch mal gelesen in dem wissen okay es kann funktionieren und ich habe da jetzt leute kennengelernt die eben ihre krankheit damit geheilt haben also nicht nur ms auch krebs und andere autoimmunkrankheiten hashimoto und was ist da nicht alles für furchtbare sachen gibt und dann dachte ich so okay dass das musst du jetzt probieren ja und dann habe ich das buch noch mal gelesen und fands auf einmal nicht mehr ganz so furchtbar und ja habe dann auch ein paar leute kennengelernt auch durch die modernen social medias die mit der mut gemacht haben gesagt haben du hast halt eigentlich nichts zu verlieren probier es halt einfach mal aus das habe ich dann gemacht und bist du dann gleich von null auf 100 prozent ruf hast oder von was ja bestimmt immer auch schon frische sachen gegessen oder ja also ich hatte ein frisch anteil bei mir schon drin aber jetzt rückblickend gesehen habe ich mich trotzdem unglaublich ungesund ernährt und habe damals auch noch geraucht und habe regelmäßig alkohol getrunken und war auch gerne mal beim burger king und habe mir da so einen fiesen burger mit pommes und hast du nicht gesehen reingezogen das volle programm und ich war so bekloppt und habe von jetzt auf gleich 100 prozent umgestellt ich würde es keinem raten das wieder zu machen weil das ist das schlimmste was hier passieren kann ich habe wirklich am 19 dritten beschlossen ab morgen vegane rohkost und die ersten 30 tage habe ich echt unglaublich strikt durchgehalten also so 98 prozent rückblickend halt ein paar öle waren nicht ganz rohkost und so aber ansonsten wirklich nur frisch und nur und nichts rechts und links und mein freund ernährt sich weiter gekochte mischkost ja und wenn der sich halt zu seiner lasagne gemacht hat und eine pizza bestellt hat da hatte schon gemeint ich hätte ihn wohl sehr seltsam angeguckt als hätte ich ihm gleich mit der pizza auffressen wollen also das war schon echt krass würde ich auch keinem empfehlen das von jetzt auch gleich zu 100 prozent zu machen sanfter umstellung sanfter auf jeden fall also halt wirklich erst versuchen was ich halt gewisse sachen zu minimieren dafür den rohkostanteil zu erhöhen weil das war wirklich eine quälerei ich hatte unglaubliche entgiftungserscheinungen ohne dass ich damals wusste dass es entgiftungs entscheinungen sind und für mich war es eine quälerei und ganz ganz frist bei die ersten 30 tage waren waren der horror und ich habe das trotzdem durchgezogen und bin da unglaublich stolz dass ich das gemacht habe und habe danach erst jemanden kennengelernt der gesagt hat so bist du eigentlich verrückt das macht man gerade weil du dich ja vorher doch so eher konventionell ernährt hast auch noch geraubt und alkohol das wirkte dann auch immer alles sehr stark gab es da so eine besondere entgiftungserscheinung die dich da gequält hat in der zeit oder gab es da was ja also meine neurodermitis hat geblüht wie selten zuvor also ich die arme komplett mein rücken war komplett es sah aus zum teil wie eine gürtelrose also es ging dann hier vom rücken auf den bauch über oberschenkel ja dann ging es zum teil ins gesicht hoch also ich bin dann wirklich nur mit schal herumgelaufen weil das dann hier hochgezogen ist und dann richtung mund und das war ganz schlimm mein darm war vorher durch das kortison sowieso komplett kaputt und dann total überfordert mit der umstellung auf rohkost also von den blähungen mal abgesehen die ja wirklich dazugehören ja wenn man sich erst mal wieder dran gewöhnen muss ich hatte erst erst durchfall und dann irgendwie tagelang konnte ich überhaupt keinen stuhl absetzen und das war alles ganz also das war so hast du da schon damals in diesen vier wochen mal die rohkost angezweifelt ist das kann jetzt aber auch hier nicht der richtige weg sein gerade dieser dieser diese neurotamitis dass die sich noch mal verstärkt hat weil ich eben gelesen hatte dann nach so einer woche nach zwei bin ich dann richtig tief in das thema eingestiegen und habe eben gelesen dass das normal ist und an der rohkost an sich habe ich seltsamerweise nie gezweifelt ich wusste nur nicht ob ich eben durchziehen kann ich habe mich dann aber so in hintern getreten ich will diese chemie nicht mehr ja ich will diese spritzen ich will einfach wieder ein leben haben ich habe einfach auch gemerkt dass ich nach schon nach zwei drei taten liegen das alles dieser nebel in meinem kopf verschwunden war dass ich wieder klar denken konnte ich konnte mir wieder sachen merken also ich hatte wie so eine demenz auch durch die ganzen durch diese interpeter interferon und durch diese durch die antidepressiva ich habe johanniskraut genommen das macht ja auch so ein matschkopf und das in kombination war einfach ganz schlimm also ich habe auch auf arbeit nicht mehr als ich musste mir alles aufschreiben ich konnte mir wenn meine chefin sagte bringst du mir einen kaffee und ich nicht direkt mit der tasse in die küche gegangen bin war das nach einer minute weg ja und das war erschreckend für mich weil ich vorher jemand war der wirklich ich konnte mir den ganzen ganzen wochenplan merken ja und wusste wann welches meeting in welchem raum mit wem und welche unterlagen wohl liegen und jetzt konnte ich mir noch nicht mehr merken dass ich mir einen kaffee das ist wie ein kaffee bringen sollte ja und das war für mich ganz furchtbar und da habe ich eben gemerkt das ging nach einer woche schon los dass dieser nebel sich gelichtet hat und nach drei wochen war ich eigentlich ja zu 80 prozent wieder hergestellt und da habe ich so gedacht mega und dann natürlich diese energie die du halt bekommst dadurch dass dein körper nicht mehr mit der verdauung beschäftigt ist das war einfach aber also da habe ich gedacht okay wenn das jetzt erst der anfang ist nach ein paar wochen wo geht das noch hin ja und war dann hat mich eigentlich dieser ganze mist von vorher noch mehr motiviert weiter zu machen und aber nach den vier wochen hast du dann die rohkost aber doch das auch mal wieder zurückgerudert oder nee ich habe mir aber ab und zu mal erlaubt wenn ich so ein heißhunger zum beispiel auf brot hatte einfach mal ein stück brot zu kosten wir hatten ja immer brot im haus wenn mein freund ja weiter nicht kosten ist und habe das dann probiert und habe eben geschmeckt ist es schmeckt wie pappe ja das kannst du auch sein lassen dann eben auch ich war so ein käseliebhaber vorhin hat dann eben mein stück käse probiert und gemerkt war total übersalzen und voller geschmacksverstärker und überhaupt nicht mehr schön wie vorher und habe mir das einfach zwischendrin ich sag mal erlaubt ja so eine sachen zu probieren um einfach in der bestätigung zu bleiben dass rohkost einfach besser ist und das hast du dann jetzt über ein jahr also das so verfolgt also du machst keine hundertprozentige rohkost mittler also oder was denn was denn momentan so die auch jetzt die ausnahmen also du hattest gesagt am anfang nach den vier wochen was erst mal ein brot oder eine pizza oder irgendwas was denn jetzt oder probiert und was denn jetzt mal wenn du doch mal was gekocht ist was ist das jetzt im moment also kartoffeln erlaube ich mir zu kochen wenn mir danach ist auch mal ein paar linsen oder ein bulgur oder irgend so eine ich sag mal so brotersatzstoffe das ist eigentlich so als es meiste sind kartoffeln weil ich ein echter kartoffel liebhaber bin und das auch völlig in ordnung finde ab und zu mal also was gebackenes weniger gebacken also gar nicht ja ich habe glaube ich in dem ganzen jahr einmal einem stück kuchen gegessen und mir geht es so wurschtbar dass ich das auch direkt gelassen habe bei schokolade ist es ab und zu schwierig dran vorbeizugehen gerade wenn der schweinehund mal wieder größer ist als die vernunft aber ansonsten also würde ich von mir behaupten dass ich 95 bis 98 prozent wirklich rohkostig lebe ich gucke dass die sachen die ich kaufe die meisten sind mittlerweile wirklich rohkostqualität das steigert es sich auch von nach und nach man kann auch nicht seinen kompletten haushalt von jetzt auf gleich nach auf rohkost umstellen das ist einfach auch sehr kostenintensiv ja jetzt zu gucken dass alle öle in rohkostqualität sind und so ich habe dann halt die öle die ich da hatte eben verbraucht und dann mir eben versucht wirklich qualitativ hochwertig nachzukaufen ob jetzt die die ich momentan zu hause habe alle rohkostqualität sind wage ich zu bezweifeln ich esse auch gerne mal einen gekauften senf ja also da habe ich jetzt kein problem damit das sind so die sachen wo ich sage da bin ich nicht 100 prozent strikt aber was die ernährung so angeht wie geht der großteil wirklich rohkost also ab und zu meine kartoffel was gekocht ist aber ansonsten wenig ausnahmen und wie ist das mit deinem partner du sagst da ist der gekocht erst normal hat er hat es hat die rohkost bisschen auf ihn abgefärbt oder ist er einfach leider gar nicht so er ist weiter gekocht ist ja und sehr ungesund was mir in der seele wehtut aber er sieht halt keinen grund bei ihm geht körperlich gut ja ich hoffe ja dass er irgendwann mal auch ein bisschen mehr in die richtung geht ich möchte ihn ja gar nicht verbieten sachen zu kochen aber halt seinen fleischkonsum einschränken fände ich persönlich ganz schön aber da ist jeder für sich selber verantwortlich also wir gehen auch getrennt einkaufen ja unser kühlschrank ist auch getrennt die unteren zwei fächer sind mir die oberen sind ihm ja und wir essen auch zu unterschiedlichen zeiten weil ich nicht wenn ich noch kein hunger habe versuche ich auch noch nicht zu essen und andersrum halt auch also kann es sein dass er sich seine sanje kocht und ist und ich dann hinterher denken so jetzt ein salat wäre super und mich dann eben in die küche stelle und meinen salat mache ja so also es ist ein bisschen verrückt und ich glaube für viele nicht nachvollziehbar aber bei uns funktioniert das ganz gut also er findet also er akzeptiert das einfach auch wenn er weiß ja auch dass es dir gesundheitlich besser geht das ist ja auf alle fälle also er hat doch keine wahl er muss ab und zu mal bei bei süßkram und so muss ich immer mal kosten so wenn es so wenn ich so ein heiß und er hat irgendwas hat dann muss ich die sache immer also mache ich den falls es für mich habe ich für mich festgestellt hat super ich koste dann ein kleines stück und merke halt irgendwie so auf ja war jetzt nicht so toll und dann lasse ich eben auch oder wenn ich halt merke das war jetzt aber ganz toll dann nehme ich mir ein kleines schüsselchen von seinem essen und es auch das mal ja ich sterbe deswegen ja nicht ich merke meine verdauung und mein magen mein gleich so hast du sie noch alle warum jetzt so ein komisch gekochte Milchkost aber es gibt halt tage da geht es besser und anderen geht es halt nicht so gut und dann ist es auch völlig in ordnung für mich ja aber ansonsten außer dass er ab und zu mal ein paar chips abgeben muss glaube ich ja kommt da glaube ich damit ganz gut klar und du hattest mir auch erzählt du hattest zwei schübe zwei MS schübe und seitdem du vegane Rohkost isst ist kein schub mehr aufgetreten sozusagen also der erste schub ist ungefähr acht wochen nach der umstellung aufgetreten das hatte ich hatte allerdings einen psychologischen hintergrund da habe ich schon vor einer situation oder während einer situation gedacht oh gott und wenn das vorbei ist kriege ich den nächsten schub das war so quasi hausgemacht ja und seitdem ich allerdings auch so meine meine gedanken geordnet habe und auch so wie es heute so schön heißt mein mindset umgestellt habe seitdem bin ich schubfrei und relativ beschwerdefrei und kommen auch mit der spastik die ich noch im knie habe von dem zweiten schub ganz gut parat und denke auch dass es sich damit für mich erledigt hat aber du bleibst ja weiter bei der vegane Rohkost auf jeden fall denkst du dass wenn du jetzt wieder den schritt zurück zur konventionellen ernährung machen würdest dass es da wieder auch rückfälle gibt oder dass es wieder schübe geben würde da bin ich mir ziemlich sicher also ich denke dass die ernährung einen ganz großen teil an krankheiten ausmacht ja ich denke 70 bis 80 prozent der rest ist vom kopf vom mindset ich finde gerade kein schönes deutsches wort dafür von der einstellung einfach wie ich dem leben gegenüberstehe und wie ich dem wie ich meinem körper und meinem leben und der ganzen einstellung gegenüberstehe das hat glaube ich auch einen ganz ganz großen teil wenn ich sogar mehr als 40 prozent da möge man sich jetzt nach krankheit streiten aber ich glaube das ist einfach so ein gesamtpaket das ist nicht nur eins also das ist jetzt die ernährung das mindset und dazu noch eine säule dazu die bewegung ist wichtig also ich habe auch mit yoga angefangen was nicht nur meinem körper gut tut sondern eben auch meiner meiner seele und ich nenne es mal über ich wie auch immer man das eben zusammenpassen möchte ich glaube dass es einfach ein gesamtpaket ist was zusammengehört man kann nicht nur die ernährung angucken man kann nicht nur das mindset angucken man kann nicht nur die bewegung angucken wir sind wir bestehen ja auch aus ganz vielen verschiedenen dingen und sind ja körper geist und seele ja und wenn das nicht zusammenpasst dann kann man nicht gesund sein das meine einstellung und jetzt ist bei dir eine gesundheitsgeschichte geworden genau mit der veganen rohkost ja mein weg in die gesundheit so wie mein facebook blog ja auch heiß und der untertitel in meiner meiner homepage ich dokumentiere halt einfach wirklich mein weg in die gesundheit und da gehört eben nicht nur die ernährung dazu